Das Fluchtauto steht bereit. Der Dieb bricht aus dem Gefängnis aus. Der muss sofort ins Fluchtauto. Das ist das Fluchtauto? Ja. Okay. Cool. Die Verfolgung wird aufgenommen. Die Verkölkung wird aufgenommen. Ich hab ruhig gemacht und der ist nicht stehen geblieben. Er rast die Rocken. Wir hätten ihn hoch. Vielleicht versteht er sich. Er entkommt und wir müssen das Rotten fliegen. Das Rotten blockiert die Rampen. Das Rotten blockiert die Rampen. Das Rotten blockiert die Rampen. Er ist in die Rohre geschleudert, aber er hat uns ausgedrückt. Aber er weiß nicht, dass das Rotten auf ihn wartet. Das Spiel ist auf. Raus kommen. Ich glaub die sind verletzt. Wir müssen Feuerwehr rufen. Und wir müssen Kackwagen rufen. Wir müssen Kackwagen rufen. Der ist montrerer der Kackwagen. In die Gerauter der Rampen. Meine Feuerbär-Raufmänner holen jetzt die Verletzten raus. Harte Arbeit! Wir haben einen! Oh nein, der Helm! Hier ist Rauch! Wir arbeiten ganz hart und die Frau hat Rauch eingeatmet. Oh, er ist schwer verletzt. Kackmagen muss kommen! Einsatz läuft! Kackmagen ist angekommen. Jake? Bei uns dann schonmal die Sanitätern, bei uns im Kindergarten. Piet. Oh, die ist getroffen worden vom Ball. Die Feuerbär-Männer holen sie grad raus. Kackmagen! So! Wir sind die verletzt! Einsatz beendet! Einen schönen Tag! Wir haben den Täter gefasst und alle gerettet. Jake ist auch der Fernbediener, könnt ihr auch Feuer machen. Der Unglückswagen muss noch abgeschleppt werden. Dafür haben wir einen Abschlepper. ... und wir müssen noch Ar� rieren. ... ... ... ... ... ... ... ... jetzt ist alles fertig hey buddies and now as i promised the test drive live Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020